Der Winescan sieht völlig normal aus, aber im Innern hat sich viel geändert. Unsere Ingenieure haben ein neues Verfahren für die Analyse von Schwefeldioxid implementiert. Der Winescan kombiniert die renommierte FTIR-Technologie mit den Prinzipien der Referenzuntersuchung. Sie erhalten Ergebnisse zu freiem und Gesamt-SO2 in nur etwas mehr als einer Minute. Und so funktioniert es. Platzieren Sie die Weinprobe unter der Pipette, betätigen Sie anschliessend die Starttaste. Wie bei Referenzuntersuchungen erwärmt der Winescan das Gemisch aus Wein und Säure, um so das SO2 freizusetzen. Das SO2-Gas wird in eine Gasküvette gepumpt, wo der Winescan anschliessend den SO2-Gehalt misst. Ergebnisse zu freiem und Gesamt-SO2 werden parallel zu herkömmlichen Flüssigkeitsparametern ermittelt und in etwas mehr als einer Minute ausgegeben. Der neue Winescan – jetzt mit freiem und Gesamt-SO2. Die ganzheitliche Lösung, auf die Sie gewartet haben. Die ganzheitliche Lösung, in einem gewartet werden, Elliott und Schwestern und der Winescan – jetzt mit der Winescan – sie zurückbleiben. Die Röhe wird in eine Röhe über die Sprechung zum«-Gerto-Lowen der Winescan. Die Röhe wird in der Winescan-SO2. Die Röhe wird in der Winescan-SO2. Die Röhe wird in der Winesan-Os geplant haben. Vielen Dank.